willkommen zurück zum blog so wir sind beim seenort hier und färben wie gewohnt alles ein ich habe einen weg gefunden wie man in das wahllokal kommt benutzt diesen z-sprung und wir starten eine nütz zählung gelb jetzt wird nicht vorsagen können bevor wir das machen wo bin ich jetzt über dem tor gesprungen ich habe schon vergessen da die glühbirne holen wir uns später gehen nach unten mit freiten resten krawling weil wir aus den klauen der bleichen das ist jetzt das war laus transformieren und die wahrheit ans licht bringen das war kugino nach rechts wir bringen die farbe in die hauptstadt zurück die transformationsmaschine ist bereit auch nicht runter nicht runter scheiße okay jetzt müssen wir bloß genau richtig runter jumpen we das ändert mich an eine geschichtliche szene und ein block sie schicken die panzer agent achtung er wird mit seinem gummiknippel fahrpunkte aus der ausprobieren diese einzelnen balling hat keine chance angriff verteidigen die freiheit dieser leute block statt die die agenten sie werden uns schon überrollen müssen wenn sie meinen sie könnten unsere stadt übernehmen zeigt ihnen aus welchem stoff hier gemacht sind haltet zwei gedrückt am enden in agenten auszuwählen ich brauche vb das ist ein panzerungs extra jedes panzerungs extra bewahrte ich vor den auswirkungen einer einzelnen gegen durch eine attacke du kannst ein panzerungs extra tragen aber du kannst entschuldigung aber du kannst deine fähigkeit mit inspiration upgraden los holst hier wir werden doch beschossen oder sie sind unter uns her gegen agenten sprudeln aus den schichten wir müssen ihre polizei wäre ein dringend um sie aufzeiten aber zuerst müssen wir auf erhöhtes geländer bevor wir in ihre polizei wache eindringen sollten wir ihre luftunterstützung zu legen die piloten betanken ihre elikopter auf den plattformen über uns nimmt diesen set sprung und macht eine stumm attacke auf ihre helikopter sie Das war's für heute. Nein, nein. Na, klasse. Das ist lieber top. Extra time. Ich wollte den Fernseher kaputt machen, verdammt. Das holen wir uns. Rechts komme ich wahrscheinlich nicht hochgejumpt. Das war's für heute. Okay. Nein, 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 nein. Oh, ich hasse es. Wo bin ich denn... Wo bin ich denn hochgejumpt? Ach, da oben. Endlich. Endlich. Extra time. Okay. Her mit der Kiste. Jetzt mach doch mal die Kiste. Okay, wo ist das nächste Ziel? Okay. Wir sollten vielleicht auch nochmal da hinschauen. Okay, da haben wir auch noch was. Schon mal ein Fünftel hier geschafft von. Und die nächste Glühbirne kommt sofort. Und die nächste Glühbirne kommt sofort. Okay. Jetzt kommt die Polizeiwache, oder wat? Großartig gemacht. Da wir jetzt ihre Luftunterstützung los sind, können wir in ihrer Wache aufräumen und diese Schächte versiegeln. Platz da rein groß. Platz da rein großer. Gott, Gott, Gott. Oh, das habe ich eigentlich gesehen, tatsächlich. Wir sind drin, kümmere dich um die Inktwachen. Gute Arbeit, geh nach unten und schnapp dir die Inktwachen, die die Zähne bewachen. So. Hey, wie habe ich denn das geschafft? Ähm. Oh, ein Glück. Hä hä. Hä hä. Du hast es geschafft, Block. Die Ink-Agenten haben keine Verstärkung mehr. So. Da oben. Jeder der prismanischen Senatoren hat sein Hauptquartier entlang dieser Küstenlinie. Nun hat dieser falsche Präsident sie alle versenkt. Bitte hebe unsere Türme wieder über die Wellen. Wie soll ich das denn machen? Lila? Oder was? Wo krieg ich jetzt blau her? Da. Das ist das Hauptquartier der blauen Partei. Dann brauch ich auch blau. Ich sollte davon nie aus rüberjumpen. Ach, scheiße. Ich sehe das immer zu spät. Plötzlich einen blauen Schalter, um den nächsten Block nach oben zu bringen. Grün. Oh, das ist aber gehüllt. Okay, wir müssen auf jeden Fall rüberjumpen. Ach, so. Der Dude ist das immer. Okay, ab nach oben. Hm. Okay, so. Mit den Elektroschrugs, das krieg ich eigentlich einfach nicht, weil ich nicht verhüten hatte. Rot. Auch nicht runterfallen. Huhuhu. Okay. Okay. Nein! Lass mich in Ruhe. Rot brauchen wir dafür. Okay. Und. Upp. Zack. Sehr gut. Rot. Kommen wir von hier aus hier rüber. Gejumped. Sehr gut. Nein, nein, nein. Nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser. Oh, leck mich. Na gut, dann starten wir das in der nächsten Folge. Spitze bedanke mich. Bis denne.